Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin wieder im Napfgebiet, an der Stelle, wo ich letztes Mal goldwaschen war. Versteckung kommt auch in den nächsten paar Minuten. Dann wollen wir hier auf dem Bedrock mal schauen, was geht. Sogar das andere Ding im Bild drinnen, hier läuft es so, na ja. Da wollen wir noch demonstrieren und das Geld. Musik 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 Für das Giveaway einmal das Video liken, Kommentare Hashtag Gold schreiben und natürlich abonnieren. Ich wäre froh, wenn der Gewinner dann auch noch einen Kommentar schreiben würde, dass es Gold bekommen hätte. Merci. Musik 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 Ja, das kann ich nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, dass es wirklich kalt ist. Ich weiss es dir auch. Glauben Sie mir. Das Schwarze, das man gezeigt hat, war Platin. Aber wir sind ja wegen dem Gold dran. Wir haben uns vorgeschossen. Hier ist ein grosses. Mit Goldheit? Ja, sicher. Ich habe so viel Fleck drin. Ich habe darum noch Platin gingen. Das ist viel mehr wert als Gold. Aber wir sind wegen dem Gold gekauft. Aber um die Frau. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe jetzt ein paar Abteilungen, ab dem sind wir gekommen. Gold kannst du überlegen. Das hat ordentlich Gold drin. Bis zum nächsten Mal.